Hallo, mein Name ist ein AirSkilletage. Ich habe mich entschlossen, bei iStar meine Augen lesern zu lassen. Ich habe eine geringe Sehschwäche gehabt, aber dafür eine hohe Hornhautverkrümmung von minus 3. Und deswegen habe ich beschlossen, mich nach den Infos auf der Homepage und nach einem ausführlichen und sehr guten Schriftverkehr mit iStar die Operation durchführen zu lassen. Ich bin dann nach Istanbul geflogen, wurde am Flughafen abgeholt und wurde dann zum Hotel gebracht. Am ersten Tag war dann morgens die Voruntersuchung, nachmittags die OP und dann wurde ich wieder zum Hotel zurückgebracht. Am darauffolgenden Tag war die Nachuntersuchung, die dann ebenfalls problemlos ablief und momentan kann ich sagen, dass meine Sicht besser ist als vorher. Ich brauche noch ein bisschen, es dauert bis zu einem Monat, bis sich die Sicht komplett reguliert, aber zu dem jetzigen Zeitpunkt bin ich sehr zufrieden damit. Nach der OP hatte ich ein wenig Schmerzen, die dann aber nach der ersten Nacht nahezu komplett verschwunden sind. Ich bin sehr froh, diese Augen-OP gemacht zu haben und kann sie nur weiterempfehlen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.